Mein Name ist Mario Schmolker, ich komme aus Wien und bin Fotograf. Also ursprünglich war ich auf dem Weg ein Modedesigner zu werden, habe das aber dann später verworfen und über einen kleinen Umweg bin ich dann zur Fotografie gekommen. In Österreich muss man ja zum Bundesheer und dort habe ich dann einen Freund kennengelernt, der mich dann zur Fotografie gebracht hat. Ich bin dann ins Fotokolleg gegangen, habe dort zwei Jahre lang Fotografie studiert in Wien. In Mailand war ich dann zwei Jahre lang Assistent in einem großen Studio und das war für mich, ich würde fast sagen, noch wichtiger als die Ausbildung als Fotograf. Das Spezielle und das Besondere an den Shootings bei Olymp ist, dass es sehr abwechslungsreich ist und das macht es als Fotograf sehr spannend, weil man sich da von Anfang an wirklich mit einbringen kann. Es wird eigentlich nie langweilig, weil alles, was man bei dem letzten Shooting gemacht hat, für das nächste Shooting gar nicht mehr gilt. Es wird dann alles wieder neu angegangen. Das ist ganz spannend als Fotograf. Das ist ganz spannend als Fotografie. Das ist ganz spannend als Fotografie. Das ist ganz spannend als Fotografie. Das ist ganz spannend als Fotografie.